ich habe noch ein live für draußen für dich wenn du in der natur unterwegs bist und machst eine wandertour dann empfiehlt es sich damit du nichts vergisst ja die ein paar sachen auf eine packliste zu schreiben wie so eine packliste aussehen kann sage ich dir mal hier und ich blende dir dazu auch mal den passenden qr-code ein den kannst du abscannen ich mache mal eine kurze pause und blende den mal groß ein dann siehst du den wenn du den im handy abscannen hast alles was da drauf steht direkt auf dem handy kannst das natürlich ergänzen also bevor du irgendwas vergisst was du draußen brauchst macht in der packliste und schau da vorher mal drauf lifehack packliste für draußen anfertigen macht auf jeden fall sinn um nichts zu vergessen